Verzweihert Ah! Oh oh What the fuck? Lol der schmeißt das Auto hier runter. Was ist denn hier falsch gerade? Oh 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 Ah! Leute, willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFR mit mir und euch und Bob ist wieder im Umland unterwegs mit diesem wunderschönen Ford Crowd Victoria. Ja, wir stehen hier in Harmony. Ja, Harmony ist eine kleine Stadt in der Nähe von Sandy Shores, beziehungsweise eigentlich sogar näher an Los Santos dran. Aber gut, ähm, ich finde das, ich finde das einen ziemlich coolen Platz hier. Ja, ich habe hier schon das Öfteren begonnen. Begonnen? Ja doch, begonnen ist richtig. Äh, weil ich einfach, keine Ahnung, ich finde den Ort hier einfach richtig chillig zu Beginn. Keine Ahnung warum. Ähm, hier ist sowieso eine Tierhandlung, sehe ich gerade Animal Ark. Hm, ganz komisch. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an zu patrouillieren. Hä? In dieser wunderschönen Folge. Ja, es ist gerade Sonnenaufgang. Wir haben gerade irgendwie 5 Uhr morgens. Und gucken mal, was hier so abgeht auf den Straßen. Ja, wir sind jetzt im Umland, das heißt, es wird wieder mehr in Richtung Verfolgungsjagd wahrscheinlich gehen. Wobei wir in der letzten Folge auch welche hatten. Also so pauschal kann man das eh nicht sagen, was wir jetzt haben werden. Das kommt dann einfach mal auf. Dispatch an, was wir so haben. Zum Beispiel Grand Scenario Desert Discounts Store Robbery. Ja, da langer Name für einen krassen Einsatz. So, dann fangen wir mal mit Code 2 High hin. Habe ich gerade Schüsse gehört? Oh ja, da liegt eine Leiche. Oh, die Leiche wird also, der Typ wird überfahren. Hallo? Wir brauchen mal kurz Backup. Hallo? Okay, wir verfolgen mal den, der im Auto ist. Weil die zu Fuß kann man nachher auch noch holen. Aber das Auto ist ein bisschen schneller. Gucken wir mal, dass wir ihn kriegen. Boah, der fährt aber echt verdammt schnell. Ich kann immer noch nicht aufholen, obwohl ich hier keine Ahnung wie schnell fahre. Wir fahren... Weiß ich nicht. Schnell, ja? Weiß ich nicht. Wie schnell? Ohohohohoho. Easy going, easy going, easy going. Okay, wir sollten vielleicht nicht so reckless fahren. Ich sollte nicht so reckless fahren. Dass wir noch halbwegs den Realismus aufrechterhalten. Aber der Typ fährt aber auch schnell, ey. Nee. Oh Gott. Kurz mal den Zauner gestriffen. Ist das ein Motorrad? Nee, das ist ein Herr-Motorrad, oder? Alter, fährt der schnell. Okay, da vorne ist er. Ist ein Fluchtwagen. Beziehungsweise ist ein Transporter, besser gesagt. Okay, er fährt komplett geradeaus. Perfekt. Das ist doch schön. Der fährt gerade komplett ins Gemüse hier. Ist überhaupt nicht gut. Oh Gott, der fährt gerade... Oh mein Gott, oh mein Gott, der hat sich voll krass überschlagen, glaube ich. Okay, ich denke, die kommen nicht mehr... Kommen die da noch weg? Ja, die kommen da noch weg. Das ist doch ein Witz. Wir warten einmal Air Support. Und noch mal ein paar Bodenunits. Gibt's doch nicht. Wollen wir stehen. Oh mein Gott. Hallo. Oh Gott, okay, wir müssen Fuß verfolgen. Wir sind dran. Werden Sie stehen. Polizei. Loll. Hallo. Oh Gott, okay. Aber er ist nicht gestorben. Gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Kann der mal aufhören? Ja. Einen Scheiß. Jetzt gehen Sie auf den scheiß Boden, Mensch. Wenn Sie jetzt hier... Du kannst hier keine Leute festnehmen. Ich fahre jetzt nicht mal... Oh Gott. Na, jetzt ist er tot. Scheiße. Wieso überfahren die alle? Sie Monster. Aussteigen. Sehen Sie diesen Menschen? Den haben Sie auf dem Gewissen. Ja, würde ich auch wegrennen. So, wir waren einmal in Corona. Und ich glaube, wir brauchen auch einen Toad Truck. Wenn ich mir das hier so angucke. Einmal hier führen. Einmal hoch. Genau so. Und einmal für den Transporter hier. Ah, der ist hier gegen einen Baum gefahren. Der kam hier auch gar nicht mehr weg. Okay, verstehe. Oh, Toad Truck bitte. So, da ist unser Kollege. Der chillt hier sein Leben. Ich glaube, wir können mal die Sirene ausmachen. Gucken wir mal, dass wir wieder auf die Straße hochkommen. Der Typ. Ach, das ist sogar unser Schlappschlepper. Schlappschlepper. Na, Schlappschlepper ist das. So, kommen wir hier irgendwie ordnungsgemäß auf die Straße. Ist ja eh keine... Ah, okay, ich dachte gerade schon, das wäre ein Highway hier. Aber das ist ja nur eine Landstraße. Da haben wir ja auch in unsere Richtung eine Spur. Das ist ja schön. Aber unsere Spur wäre irgendwie da oben oder so. Ah, easy going ist das Problem. Was? Full-Alt-Speed-F-R-Crash prevented successful. Oh, ich darf nicht lesen, wenn ich fahre. Das ist nicht gut. Okay, Stor-Robery ist scheinbar gecrashed. Keine Ahnung. Possible unauthorized camping. Hm, warum nicht? Nein. Ja, nee, komm. Hot Pursuit in Progress. Okay, Hot Pursuit im Query, im Steinbruch. Ich glaube, da schließen wir uns mal an. Huch, das war falsch. Scheiße. Moment, nochmal durch. Und so, die ist immer richtig. Er hat gerade irgendwie diese dynamische Sirene, die eh kein Mensch nimmt. Ja, nimm mir die. Ja. Einen Scheiß machen die jetzt nicht auf. Danke. Okay. Okay, da kommt uns da gut hingegen. Oh, da ist schon mal ein 10-50. Ach du Scheiße, unser Kollege macht die Dinge. Würde niemand machen. So, bleiben Sie stehen. Ah, okay, bleibt Sie stehen. Ich steige sogar aus. Okay, gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Da hinten ist hingefallen, irgendwie. Naja, wir kümmern uns jetzt mal um die hier, die jetzt mal schön auf den Boden geht. So, wie sie soll. Ne, ist doch schön. Ich muss mich echt mal daran gewöhnen, die Sirenen auszumachen. Sie ist sonst zentnervig. Oh mein Gott, so. Hier brauchen wir einmal einen Toe Truck für. So. Da redet jemand. Egal. So. Ding ausmachen hier, so. Haben wir jetzt beide? Ah, die haben wir auch festgenommen. Perfekt. Wir haben beide festgenommen, beide in custody. Besser kann es ja quasi hier nicht laufen. Oh, wir haben noch harten Katze hier in der Seite. Ist aber nicht schön. Gut, müssen wir gleich mal weg machen. Genauso wie wir auch unser Auto mal waschen sollten. Ist ja krass wie das hier. Aussehen, ja, so muss ein Auto aussehen. So. Das ist nicht, das take nicht so long. Alles easy. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Für was denn? Hm. Okay. Dann werde ich hier gesucht. Komme ich hier durch? Hallo. Tja, tut mir leid, müssen Sie sich halt eine neue Schranke kaufen. Aber es ist ein Notfall. Müssen wir durch. So, komme ich hier vorbei? So, komme ich hier vorbei? Ja, so gerade. Oh, ich liebe das First Person und dann in dem Auto beschleunigen. Das ist so geil. Die Engine hört sich so geil an in dem Auto. Das ist so chillig. Äh, wo ist denn der da hinten? Oder ist ich den da? So genau vor uns quasi ist das der? Was hat denn der jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Washington ist es, dann ist es der hintere. Äh, okay, Moment. Wir postieren uns mal kurz gescheit hierhin. So. So. Äh, ja, war alles easy. Wir müssen hier nur anhalten. Approach the suspect. Guten Tag, der Herr. Oh, 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 oh. Ey, die sind auf dem Boden. Die sind auf dem Boden. Dann nochmal zwei Units. Nur, äh, für backup, falls der Beifahrer irgendwie scheiße... Ah, der ist gar kein Beifahrer drin. Oh, okay, ja, perfekt. Dann, äh, hat sie es eh erledigt. Dann nehmen wir Fahrer mit. Perfekt. Oh. Tja, aber auch keine Sekunde zu spät, so wie die fahren. So. Äh, Autodschlag. Und Autodschlag. So, der Kollege hier hat, glaube ich, gerade dezent sein Auto kaputt gemacht. Och, du Arzt bisschen. Naja. Ist jetzt nicht mein Problem. Wird er jetzt mal mitgenommen? Warum nehmen Sie den mal mit? Oder Sie? Höh, was macht denn der? Höh, hat er zweiert. Ah, oh, oh. What the fuck? Lol, der schmeißt das Auto hier runter. Was ist hier, was ist denn hier falsch gerade? Hallo? Mensch. Äh, sie wissen schon, dass... Nein! Das Auto hier hängt aber auch hart. Oh Gott, okay. Egal. Egal, wie es... Es eskaliert gerade einfach wieder alles. Es eskaliert gerade einfach wieder alles hier. So wie irgendwie in jeder Folge. Oh Gott. Dann kurz in den Berg hochgerannt. Alles easy. Der hier hängt auf halb acht. Das ist super. Sieht sehr gesund aus für seine Achse. Na gut, das soll jetzt mal nicht unser Problem sein. Das ist jetzt vielmehr unser Problem. Hier liegt ein scheiß Leiche rum. Mit ein paar Einschusslöchern. Ja, das... Äh... Gefällt mir gar nicht. Dann werden Fragen gestellt. Und Fragen sind erstmal scheiße. Äh, ist mal eine ganz dumme Frage. Wo ist mein Auto? Was ist das hier? Was hier gerade so halb weggeschoben wurde? Ich glaube schon. Nehmen wir das einfach mal. So, dass sich keiner beschwert. Ist alles easy. So, dann machen wir einmal die Dinger aus. Da kommen wir nicht rein. Und hoch, das wollte ich nicht. Und dann reparieren wir einmal. Äh, reparieren wir. Ach, clean. So, reparieren. So, und jetzt würde ich eigentlich ganz... Wird der mich ficken? Ne, der will mich nicht ficken. So, dann drehen wir einmal. So, einmal ordnungsgemäß gedreht. Dann gucken wir mal, was... Frau Dispatch noch so für uns hat. Äh, Hock Precisele von Ambulanz. Oh, oh Gott. Okay, hier ist einer. Dann, äh, ja, hängen wir uns da mal dran. Äh, will er uns überholen? Ne, er will nicht überholen. Okay, dann lassen wir den nicht durch. Vorsichtig. Krankenwagen und Verfolgung. Wieso, wieso klappt eigentlich jemand den scheiß Krankenwagen? Das macht gar keinen Sinn. Oh, ich habe News School auszusehen. Egal, wir brauchen News, ja. Da muss drauf geschossen werden, auf das Ding. Das ist wichtig. Ja, wer schießt nicht auf Flüchtende im Krankenwagen? Das macht jeder. So. Okay, unser Kollege ist verschollen. Holen wir mal zwei neue. Vielleicht kann man auch zwei Motorrad-Dunits holen. Uh. Die wir erstmal überfahren. Oh. Tja, das tut mir natürlich jetzt leid. Bleiben sie aus. Polizei. Ne, bleiben. Okay, Helikopter ist auch schon da. Nehmen sie auf den Boden. Oh. Das ist nicht falsch, schlaffe. Und den hier. Nehmen sie auf den Boden. So. Nehmen sie ihre Hände hoch. Hände hoch. Perfekt. So, sie machen das wieder brav. Auch wenn sie den scheiß Krankenwagen klauen. Wieso klauen sie den Krankenwagen? Wieso versinken sie den Boden? Ah, der nimmt ihn fest. Perfekt. Dann, äh. Können wir mal wieder unsere Sirene ausmachen. Die wir natürlich mal wieder angemacht haben. Ne, Moment. Ne, wir haben die hier. So. Haben wir hier ausgemacht. Den Kollegen auf dem Motorrad. Ja, ich würde sagen. Der ist Geschichte. Oder wie sie dir das? Ich glaube, der ist Geschichte. Ja, in sein gültig Geschichte. Da hat nur so ein Auto, wenn du da geschoben wurde. Brrrr. Äh. Genau. So, hat man für den vielleicht eine würdevolle Beerdigung. Ach, Corona tut's auch, oder? Ganz ehrlich. Nein, Corona. Hier ist er. Dann fahren wir weiter. Ja, wir haben den Typen in custody. Wir mussten bis jetzt noch auf keinen schießen. Ich möchte ja nichts sagen. Aber. Die Folge verlief heute. Bislang ohne, dass irgendjemand. Zumindest durch unsere Schuld gestorben ist. Wenn das ja die Kollegen meinen, sie... Den holen wir uns raus. Was macht denn der für eine Scheiße? Oh, 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 Gott. Das war, glaube ich, nur ein Bug hier. Das ist, glaube ich, kein... Ach, das ist Reckless Driver. Okay, pass mal auf, den ziehen wir mal raus. Ach, nee, brauchen wir nicht. Das ist irrelevant. So, wir wollen hier den Motorradfahrer hier, der Scheiße baut. Ja, das stört mich nämlich viel mehr. Das ist irgendein Shoplifting. So, einmal bitte rechts ran fahren. Okay, macht er nicht. Warum nicht? Mensch, fahren sie rechts ran. Jetzt. Bleiben sie stehen. Danke. So, einmal ausmachen und mit dem Licht den erst mal anstraten. Hallo. Hallo, ist der Typ behindert? Sie... Hallo. Sie können sich jetzt nicht mal auf Verkehrskontrolle hier drücken. Hallo. Den Humor auf jeden Fall, ob tot oder lebendig. Scheiß mal auf irgendwelche, äh, hier, irgendwelche Töte damit erfolgen mich, finde ich, ja. Wenn der jetzt nicht vor euch, dann packe ich hier meine 9mm aus und dann geht's ab. Oder ich ziehe einfach mal nach rechts zu dem Auto. Ich glaube, das tut ihm auch nicht so gut. Kann der jetzt mal einfach rechts ran fahren, bitte? Ist doch nicht... Bleiben sie stehen. So. Ja, wir kriegen den schon noch. Ja, hier haben wir schon Waffen ausgegeben. Nehmen wir mal erstmal einen Taser. Oh, erstmal stupsen wir den an. Äh, ich kann nicht aus der... Ah, doch jetzt. Wollen sie sich vielleicht anders überlegen? Oder soll ich sie abdrängen vielleicht mal? Hier, komm, kann man so ein bisschen abdrängen. So, sie steigen jetzt aus direkt. Nehmen sie die Hände nach oben. Sie sind verhaftet. Hallo. Waren sie... Nehmen sie die Hände nach oben. Ja, der Typ, der denkt auch, der kann hier irgendwelche Sachen bestimmen. Ja, der denkt irgendwie hier, der, der wärs, der... Der ist der Coolste. Ich kann alles. Ich kann Motorrad fahren. Nach links und rechts, quer über die ganze Spur. Aber ich kann's, ja. So einer ist das. Unfassbar. Oh, so unfassbar, wie das unser Auto wieder ganz schmutzig ist. Wir holen uns erstmal hier einen Tow Truck. Äh, so. So, da ist schon unser Kollege. Was schaffen wir das jetzt ohne, äh, irgendwelche Zivilisten zu erschießen? Wir haben Driver Under the Influence. Ich glaube, das machen wir mal ganz kurz. Während die, 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 die Dinger kommen. Driver Under the Influence. Ah, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ne, Moment. Das ist der hier. Scheiße. Okay, der ist da hinten. Den holen wir uns auf jeden Fall. Das ist der hier. Der hat auch schon gut, äh, ein kaputtes Auto. Ah, bitte rechts. Ich kann keine Verkehrsgrundrollen machen. Warum nicht? Habe ich irgendwie eine falsche Taste? Hm. Ein bisschen schade. Also, der Typ fährt eh schon komplett reckless. Also, der kann man auch gleich verfolgen gehen. Ja, mal ein Pit-Manöver probieren bei dem. Oh, der fährt von einem schnell. Oh, der hat 50... Oh, der dürfte jetzt eine etwas kaputte Achse haben, theoretisch. Holy fuck, okay. Vielleicht kriegt man den gedreht. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Der fährt sehr reckless, sehr reckless, sehr reckless. Okay, scheiße. Na, da ist er wieder. Komm, einmal drehen. Haben wir es geschafft? Äh, ne, nicht unbedingt. Was machen die denn da? Alter, das ist ja Massenkarambolage. Mit anderen Spur. Moment, bleiben Sie stehen, Mensch. Komisch. Was? Da ist ein Motorradfahrer. Da ist es irgendwie auch komisch. Ja, dann schießen wir mal die Reifen kaputt. Oh, das ist eine scharfe Waffe. Das wollte ich nicht. Machen wir mal das dann. So. Ja, was wollen Sie jetzt tun, hä? Mit kaputten Reifen. Wollen wir gleich noch eins erschießen hier, so. Wie geht der ab? Der biegt ab, oder? Ja. Ha, er ist getasert. Das ist ein Mongo. So, dann steigen Sie aus. Aussteigen. Ah, scheiße. Nein, nicht hinten aufmachen. Steig vorne ein, Bob. Ich kann den leider nicht anhalten. Ist echt schade. Oh, ich habe gerade unsere Scheibe kaputt gemacht. Mal ganz kurz hier. Pit-Manöver. Noch ein bisschen mehr das Pit-Manöver. Nochmal pitten und gepittet. Oh Gott, wir pitten uns aber auch gerade selber. So. Aussteigen. Äh. Ah, scheiße. Manchmal geben die dann auf, ja? Wenn man da mit Schusswaffen Gebrauch, äh, hantiert. Ich muss doch kurz das Auto mal sauber machen. Das sieht ja fürchterlich aus. Das sieht ja fürchterlich aus hier. So, hier. Guten Tag, wir sind wieder da. Warten Sie doch mal stehen, Mensch. Ich ramse jetzt hier weg. Oh Gott, oh. Wir machen die Dinger kaputt. Aussteigen. Hänge Sie aus. Ah, fuck off, Alter. Der Typ, der hat es aber auch recht. Der möchte es aber auch echt wissen, ey. Ich glaube, der möchte es hier mit uns anlegen. Also richtig. Na egal, wollen wir mal weiter. Irgendwann kriegen wir den schon noch. Kann doch nicht sein hier, dass wir hier... Oh Gott, mit dem so verzweifeln. Komm, jetzt hier. Es leidet schon wieder. Wieder in Richtung Leitplan geht's, haben wir ihn aber, oder? Der ist aber auch ungefahren, ey. Aussteigen. Wait a second. Ja, fuck. Oh. Okay, wir müssen mal ganz kurz vor dem fahren, glaube ich. Und... No! Alter, fährt er in uns rein? Was soll denn der Scheiß? Unser Auto ist ja schon so voll am Arsch. Wir machen mal ganz kurz Dinge, die wir tun müssen. Waren sie doch... Waren sie doch... Nein! Nein! Was soll das? Was ist denn der? Hat er das jetzt verarscht? Nein! Aha! Wieso reisten die alle immer aus? Was macht denn der? Okay, ich glaube, wir müssen mal wieder nach hinten fahren. Der hat uns gerade wirklich hart verarscht gerade. Äh, hoch. Ja, erstmal hinten einsteigen. Dann brauchen wir ein bisschen den Weck abholen. Ja, Bob. Lasst sie Zeit. Alles gut. Ja, steig da mal ein. Gemächlich. Hören wir das Schild mit. So. Jetzt ist vorbei für sie. Kleine sie aus. Mal sofort. Ja, hier kommen jetzt ein paar Wohlen. Hm. Gut, komm, näher haben wir uns mal im Auto. Hallo, kann der das mal aufmachen jetzt? So, wollen wir aussteigen hier? Sind sie auf dem Boden? Ja, sie werden aber bullied by me. Ja, auf dem Boden und sie werden festgenommen. Aufgrund von harten Alkohol, beziehungsweise generell von Alkohol während dem Fahren. Das hat mir nämlich dezent angesehen, dass sie da eventuell ein bisschen berauscht waren. Oh, ich möchte ja sonst nicht weiter ins Detail gehen. So, der hat ja auch dezent vorne den Motorschaden, glaube ich. Huch. Und ein Schusslöcher sowieso, glaube ich. Sollte er zumindest haben. Und ich sehe jetzt hier gerade nichts. Oh, war gut. Jetzt sehe ich eh nichts, weil der irgendwie abtransportiert wurde nach irgendwo hin. Gut, ich würde sagen, ja, mit der schönen Sirene hier mal. Hallo, Bob. So, ich würde sagen, äh, wir sind jetzt bei wunderschönen 24 Minuten. Ich denke, das, äh, reicht für diese Folge auch mal. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer Folge, vielleicht wie vor allem an einem, an einem weiteren Tag. Äh, was für eine bindende Abmoderation? Ich entschuldige mich für diese Abmoderation, die ist furchtbar. Äh, wie gesagt, also, ich... Oh mein Gott. Ja, hier Kuh macht eine bessere Abmoderation. Wo sind die? Ich sehe die nicht. Hier ist irgendwo eine Kuh. Ich finde die nicht. Da hinten? Kuh? Hallo? Da ist eine Kuh. Kuh, mach mal Abmoderation. Hallo? So, damit... Hab ich sie getötet? Nee. Komm. Jetzt rennst du weg. Nicht mal Kühe kann ich bändigen. Naja. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge. Das war die Farbe Stein. Haut rein. Macht's gut. Tschüss.